An meinen Zähnen stört mich, dass die ziemlich schief sind, dass meine Zähne verschiedene Längen haben, dass sie auch relativ gelb sind. Das war schon in der Kindheit so, aber ich habe mich nie wirklich getraut zum Zahnarzt zu gehen. Das möchte ich jetzt verbessern. Ich denke, das Endergebnis wird sehr, sehr gut sein. Das Resultat ist einfach überragend. Ich bin sehr zufrieden damit. Es ist eine ganz andere Ausstrahlung, man geht ganz anders in den Tag rein und man lacht auch viel mehr. Das ist Hammer. Besser kommst du nämlich nicht schlauern. Discover White – Die Zahnärzte in Düsseldorf